Und der Start ist der Volk, die 4, Sebastian K. strebt an die Spitze, Sebastian K. geht hier ganz leicht nach vorne, außen die 8, Raya Mirchi ebenfalls flott abgekommen, Maharaja in der 4. Spur sucht am Ende eine Lage, Fehler von Raya Mirchi, Fehler der 8. Die 8, Raya Mirchi mit einigen falschen Schritten wieder auspariert, im Mittelfeld muss eine neue Lage suchen, vorne die 4, Sebastian K. Dahinter die 1, Viking Friesel, außen in der 2. Spur die 2, Safe Quick in der 3. Spur, die 8, Raya Mirchi. Raya Mirchi sucht eine Lage, geht jetzt wohl wieder vorbei an der 2, an Save the Quick, vorne ist die 4, Sebastian K. Sebastian K, dahinter die 1, Viking Friesel, am Ende des Feldes der Favorit, die 7, Maharaja. Außen die 8, Raya Mirchi, dahinter die 2, Save the Quick. So geht es durch den 2. Bogen, die 3, Quatsch, die 3 sehe ich da gerade, aber da kommt die 7, Maharaja vom Ende des Feldes. Auch die 9, Commander Crow geht in die 3. Spur, die 9, Commander Crow in der 3. Spur, die 7, Maharaja hing da kurz dahinter, jetzt wieder zurückgenommen ans Ende des Feldes. Commander Crow in der 3. Spur, geht hier weite Wege, geht vorbei an Raya Mirchi, legt sich an die Seite von Sebastian K, es geht in die Schlussrunde. Sebastian K, die 4, außen Commander Crow die 9, innen die 1, Viking Friesel, die 8, Raya Mirchi. Am Ende nach wie vor die 7, Maharaja. Tempo ist nicht allzu hoch, hier wird eher gebummelt an der Spitze, die 4, Sebastian K. Mit der Führung geht es in die Überseite, in die letzte, die 1, Viking Friesel, außen die 9, Commander Crow. Was macht Maharaja, er ist immer noch letzter, Sebastian K. ist von Viking Friesel, außen die 9, Commander Crow. Drittes fährt innen die 10, Mr. XF Royale, vorletzter ist Classic Grand Cru, letzter ist die 7, Maharaja, es geht in den Schlussbogen. In dritter Spur die 2, Save the Quick. Da versucht sich die 5 Nester F heranzuhängen. Classic Grand Cru, jetzt auch in der dritten Spur, drittes Pferd außen die 3, Classic Grand Cru. In die 4. Spur wechselt die 5 Nester F. Sebastian K. an der letzten Ecke ist von außen, Commander Crow kommt im Moment noch nicht recht weiter. Und in der Mitte kommt die 5 Nester F. Sebastian K. ist von Sebastian K. Nester F. die 5 versucht es, die 4 ist von Sebastian K. Die 4 gewinnt, Sebastian K. gewinnt den Oslo-Gapri vor der 5 und dritter vielleicht noch Maharaja.